So Leute, ich glaub ich hab's rausgefunden, weil, äh, seht ihr dieses blinkende Teil? Seht ihr dieses blinkende Teil? Ich bin echt dumm, ich glaub wir hätten das bloß so machen wollen. Und schon haben wir jetzt irgendwelche komischen weißen Dinger, die immer, hell, so komisch rumgehen. Ja, jedenfalls, ups, müssen wir das jetzt da drauf kriegen irgendwie? Und ich würd sagen, das machen wir, indem das Ding dagegen geknallt. Haha! Und wir mit dem Ding jetzt einfach mal nach oben fahren. Das da rüberschieben. Hehe. Den hier rüberschieben, hier rüberschieben und nochmal hier rüberschieben. Oh, das ist knapp. Egal. Und jetzt hier rüberschieben und nochmal den weg. Dann. Kaboom! Und jetzt müsste, wo wir vorhin waren, ist mir nämlich was aufgefallen. Und zwar ist das eine Tür. Hehe. Ui, wieder rutschen. Ich find dieses Rutschen geil. Das haben die voll geil gemacht. Nein! Ich will hier nicht rein. Ich will hier nicht rein. Mach die Tür auf. Ich hasse diese Dinger. Was muss ich hier machen? Hä? I, 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 I don't understand this. I, I, I don't understand this. Äh, das geht doch gar nicht. Wie soll ich das gehen? Hallo, liebe Kinder. Wir müssen das mal ganz anders machen. Und zwar schieben wir erstmal alle Dinger darüber. Dann schieben wir alle Dinger da rüber. Und währenddessen machen wir das einfach mal so. Und dann... TÖTEN! Schieben wir die einfach mal auseinander. Jetzt schieben wir die wieder da hin. Jetzt wieder da hin. Und jetzt wieder... Ups, da hat meine Maus gehackt. Da hin. Da hin. Genau, jetzt kriege ich die mal wieder daneben. Zusammen. Jetzt gehen wir da rüber. Jetzt da rüber. Jetzt wieder da hin. Jetzt da hin. Dannistas. Dann sulf. Jetzt goidade. Jetzt gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt ist die Frage 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 Dann ist das ja einfach, wenn das wirklich so ist, wie ich das denke, dass es so ist, was ich auch hoffe, dass es so ist, weil es auch so ist, wenn ihr versteht, was ich meine Weil, guckt mal, der kleine Wüffel geht schneller So, jetzt ist die Frage, guckt mal, guckt mal, der kleine Wüffel geht schneller Hä? 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 Ach, da unten Äh, lol hmm, COP Ren, um,ób, alter, Buri, boom Cool Boom Hmmmm, ist er reset? Das andere war jetzt einfach Und jetzt muss ich das auch hinkriegen Weil das andere einfach war Musste das auch einfach sein Musste das auch einfach Musste das auch einfach Ihr denkt bestimmt Alle jetzt vom PC Warum ist der so dumm Warum macht der das denn nicht gleich richtig Ähm Da sag ich euch eins Spielt das Spiel selber Und guckt vorher meine Let's Plays nicht an Weil Ich kann mir jetzt auch Alles angucken Auf YouTube und Sagen Oh ja guck mal Ich kann das voll schnell Ja Oh voll krass Korrekt Das ist alles jetzt ein bisschen Länger dauert Ist halt Die Logik von meinem Kopf Die nicht will Weil ich nicht weiß Warum nicht will Naja okay 13 Minuten Dafür dass der Part Letzte Part Glaube war das War das der letzte Ja dafür Ne war es der letzte Egal Dafür dass der eine Part 20 Minuten war Ist jetzt dieser Part Nur 13 Minuten lang Weil ich Mal wieder eine Pause brauche Und Ja Man sieht sich dann Bis zum nächsten Part Tschüss